Der Rest hat sich auf der antiken Florenz aus der Römerzeit, das war noch vorgeholt, genau so groß. Natürlich hat man die antiken Gebäude nach der Zeit alle abgerissen. Dieses Gebäude hat man gebaut, als die Republik gegründet worden ist. Deswegen hörst du auch dieser Platz noch. Das ist für das politische Zentrum hier. Wie ist das? Ich bin gelaufen. Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank.